Das war der Richtige. Wow, yummy. Ich würde mich auch bei der beschwören, ey. Also die sagen, dass du mit der nicht arbeiten kannst oder so. Ist abgeschlossen. Vielleicht passt der Schlüssel, den ich gefunden habe. Weil du musst dir das auch nicht gefallen lassen. Nicht der Richtige. Da muss ich wohl das Schoss knacken. Perfekt. Ich bin halt ein Profi. Also der Tail fängt schon mal sehr damit an, dass man sehr viel inspizieren muss. So die Detektivsaugen. Find ich schon mal echt cool. Ist das das Tatami-Zimmer? Der Typ ist mir im Weg. Um den Tatami-Zimmer zu gelangen, muss ich irgendwie vorbei. Jetzt noch für Aufruhr zu sorgen, wäre nicht besonders schlau. Also gut, dann versuche ich es so. Eine Münze werfen? Was? Mein Geld. Ich hätte ihn ausschalten sollen. Okay. Ich wusste nicht, dass ich ihn ausschalten kann. Da stand nämlich was. Okay. Ich dachte, ich muss komplett vorbei. Na gut. Kann dann nie aus. Weil sonst hätte ich die anderen auch schon ausgeschaltet. Ich habe ihn aus. Okay. Ich habe ihn aus. Ich habe ihn aus. Ich bin aus. Dreckige Dappen. Ich hab Mail gefunden. Der Beste ist sie mit. Der Beste ist sie! endlich eingeholt aber johann ehrlich jetzt also diese jugend heutzutage also ist jetzt hier das spiel hier 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 Oh, wow. er nimmt das geld von ihr ihr verzockte also keiko sans geld ich komme wieder rein und es wird von einem dreckigen geredet ja ich habe einen dreckigen lappen auf dem boden gefunden du bist kein normaler student kostet kunden du bist ein halbieren aufs maul hallo pet hat alles verloren da bin ich auch für ja vermöbeln ich habe mich auch gerade gewohnt dass der mpc verschwunden ist das ist ein handy unsichtbar der hatten ohrenstöpsel oh wow okay du hast du ein lappen eh ja ich würde es lassen es ist gerade asynchron geworden so eine demo nicht so müll gehört zum müll fertig was für ein lappen das ist es 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 Was hast du etwas verletzt? Das ist... Ich habe mich verletzt. Was ist das? Das ist das unsere wichtigste Person. Das ist das wichtigste Person. Das ist das Wichtigste. Was ist das? Hey. Das ist das, was ich nicht wissen. Das ist das Wichtigste. Ich habe nicht gehört. Ich habe nicht gehört. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ich weiß, wer... Schreibe mich doch nicht so an! Ich soll dir das immer. Ex-Boost. Ex-Boost ist ein Spezialmodus, in dem Ex-Laser langsam abnimmt, um Yagami seine natürliche Grenze hinaus zu stärken. Zum Aktivieren A2, wenn mindestens ein Segment Ex-Leiste geladen ist. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Du darfst doch nichts davon ausmachen! Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Oh, jetzt ne Verfolgungsjagd, jetzt das ganze Tutorial durchgehen. Ich hasse das. Ah, die Musik ist cool. Joa, klar, okay, das ist aber geiler gemacht. Wow, darüber reden wir nicht. Was, X? What? Oh, ich hasse diese Quick-Tape-Scheiße. Na, wie lange kannst du noch rennen? Hat dich! Ja, da kam es sehr selten vor in Like a Dragon, aber in Judgment war das allgemein mit dem Verfolgen öfter mal. Also, Klapja, dann sagst du da was. Ich hab dich gehackt. Ich weiß nicht, warum du das denkst, aber stimmt nicht. Ich weiß 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 nicht, wie ich das tun war. Ich weiß nicht, wie ich das habe, das ist. Ich weiß nicht, wie ich das machen will. Ja, genau. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin in der Van mit dir. Oh mein Gott. 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 Wow. Oh mein Gott. 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 Oh man. Oh mein Gott. 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 Oh man. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.